moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren folge battle chasers night war für die switch wir befinden uns immer noch im fahrt der fänge das ist ein kleiner dungeon und wir werden jetzt mal weiter hier durch die katakomben jagen muss ich noch so finden fertig schließlich konnte die werbe für die verschwendung von energie und ressourcen nicht mehr tragen und halten einen frieden aus die stämme brachten ihre besten kämpfer zu einer neu gebauten arena wo sie in brutalen zweikämpfe um die vorerschaft rang der sieger bekam jeweils den löwenanteil von der beute immer mehr stämme ließen sich und alle recht auf macht und reichtum verlocken und nahmen daran teil hieraus hervor gehen strukturen und hat einen unerwarteten vorteil sie ließ abkommen mit den schmugglern zu ihren gebühren dafür zahlten den fahrt der steinballpanzerung schauen wir uns gleich mal an Okay, das ist nicht so ein Bringer. Oh, ich wollte eigentlich drauf fahren, scheiße. Okay, drei Stück. Du bist nur da. Machen wir als erstes die Obenplatte. Und ihn ja lassen wir mal. Oh Mann. Ai, ai, ai. Okay. Ah! Oh. Ei, ei, ei. Okay, er hat sich vergiftet. Das macht uns aber nichts, denn... Wir werden jetzt ein paar Leute aus dem Verkehr ziehen. Ach so, ich habe ja nur noch Mana. Also... Ja, ich will nicht. Einer müsste auf jeden Fall tobt sein. So. Und... Hier machen wir nochmal das Lauffeuer. Und schießen nochmal ordentlich rein. Boom. Nicht mehr so viel, oder? Wir sind schon aufgestrungen im letzten Mal. Das ist natürlich ehrlich. Aber Gareth ist noch aufgestrungen. Das heißt, er hat ein neues Mana bekommen. Wie gut ist. Wie gut ist. Gerüchteweise ist von großen Transporten mit unbekannter Fracht die Rede. Die im Schutz der Nacht abgewickelt werden. Und ob gleich sich viele Wehrwürfe zur Arena begeben, kommt immer weniger heraus. Noch alimierender sind vielleicht Geschichten über eine eigentümliche Aura, die wie eine dunkle Wolke über die Arena hängen und Menschen und Tier veranlassen soll, einen weiten Bogen darum zu machen. Infolgedessen ist die Kommunikation zwischen der Belagerungsküste und Rammstorf beinahe vollständig zum Erliegen gekommen. Ist n... So, wir gehen nochmal da runter. Da gibt's auch noch irgendwas. Um uns. Den Pferden, die sie dann auch kennen. Okay, er hat ein bisschen mehr Power, aber es macht nichts. Oh, er hat mich markiert. Direkt so. Entblutung. Ei, ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Yes. Oh. 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 Okay. Müssen wir... Ein bisschen heilen vielleicht. Hm. Ah, verdammt Axt. Macht aber nichts. Wir haben ein bisschen Zeug. Und... Wir machen. Und wir holen ihn zurück. Okay. Einfach nur damit auch ein bisschen... Was zu sagen hat. Perfekt. Sieg. Siegreich und ruhmreich waren wir. Okay. Hier ist auch eine Rolle. Ihr habt die Dungeon-Karte gefunden. Na gut. Auch nicht schlecht. Eine rote Nachricht. Vielleicht eine rote Tente. Häuptling, vergiss nicht den Preis, wenn wir wissen. Deine Macht kann zu und abnehmen, wie es mir beliebt. Also gib dir Mühe, mich mit deiner Arbeit zufrieden zu stellen. Damit will ich es bewenden lassen. Okay. Die Karte haben wir jetzt. Wissen wir, wo wir überall hin können? Ähm. Dann müssen wir den ganzen Weg wieder zurück, wie ich sehe. Das macht aber nichts. Geht noch runter. Ah, geht sich nicht irgendwo hin. Genau. Okay. Wir müssen hier direkt rausgehen. Das macht überhaupt nichts. Oh, wir müssen mal hier. Ich habe noch einen kleinen, einen kleinen Kampf gleich. Dann kann ich ihn kurz heilen. Ja, und ich rückkehrt. Okay, wir müssen erstmal die Gegner unten killen. Aber wie kommen wir da runter zu den Gegnern? Einen kleinen Weg? Dann vorbei wahrscheinlich, ne? Ah, okay. Das gegenwärtige als Vaterfänger bekannte Gewürtchen liegt im strategisch gutgeutzamen Weg zwischen der Binsenland und dem Vertreterbucht und hat sich erst in letzter Zeit entwickelt. Die Straße war eine stark frequentierte Handelsroute, die oft von Schmucklern genutzt wurde. Die dort beheimateten Stämme der Wehrwölfe überfielen zunächst einfach Reisen auf der Straße. Diese Strategie erwies sich als ebenso simpel wie lukrativ. Und nach kurzer Zeit legten sie kleine Lager an, die umso dauerhafter wurden, die geringer der Widerstand gegen ihre Aktivitäten wurde. Okay. Wo ist der Schalter? Wie ist der? Wo geht's da hin? Wenn da geht's runter, müssen wir nicht hin. Wir müssen einmal kurz hier noch ein bisschen gucken wegen den Gegnern da, weil sonst kann ich ja dieses ein wenig benutzen. Wir gehen mal kurz hier hoch. Da waren wir auch schon. Da unten müssen wir trotzdem die Leute noch kurz killen. Sonst ist er ja nicht. Aber wir müssen noch ein paar coole Sachen finden vielleicht hier. Naja, so cool sind die jetzt nicht. Wo es Gewinne zu machen gibt, da gibt es natürlich auch Konflikte. Anstatt sich ganz auf die Schmuggler zu konzentrieren, gehen die Stämme der Wehrwölfe aufeinander los und kämpfen um den alleinigen Besitz des Pfades. Frieden war meine bestensfalls wackelige Angelegenheit. In der fingierten Beweise für Verrat in Wehrwopflagern, um die Konflikte zu schüren und ihre Lieferung unbehelligt durchzubekommen. Den Kämpfen der Wehrwölfe untereinander verdankt das Gebiet seiner gegenwärtigen Namen. Und dann hat der Finger. Großes Buch. Was? Ein Buch in der Lage ist, verworben die Kräfte an den Helden zu erschließen. Gibt den Ausgewählten in einem Vorzeitspunkt? Wie in meinem Punkt. Hier gibt es nicht mehr. Hier rein. So, das könnte für mein gelegene Heil ist aber eingeworben. Hopp ich zumindest. Hab ich mir so gedacht, ne? Ja so offen. Was ist wie, einfach. Noch auf den Kopf, am an Whenever ehrung. Oh, haugehen ist besser. ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe da kriegst du eigentlich Fresse und du könntest auch einen fehlten Streich von mir jetzt darfst du an gleich mal ok was bringt denn du nicht viel und lässt du nicht mehr sterben du hast da rumgebattelt die müssen eigentlich alle Gegner ja ausgelöscht haben oder sind hier noch mehr Gegner? ich glaube nicht gehen wir hier durch? man weiß es ja nicht aber das Ding ist oben auf jeden Fall jetzt bereit gut dann können wir wieder nach oben ja das haben wir alles bereit gemacht jetzt können wir uns theoretisch den Portalstein da bedienen und können die anderen Gegner hier platt machen so ist dauert doch nicht lange wir gehen ja nur hier hoch und hier durch und hier müssen wir doch ein bisschen schneller laufen können wo wir einen kleinen Beamer gewöhnt wäre schon nicht schlecht oh 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 ok erstmal deine perfekt Lass uns doch einmal hier links gehen und da die letzten Wehrwölfe auch noch auslöschen, damit wir es komplett gesäubert haben. Würde mir gefallen. Doch bei euch auch. Ist ja gut alles tot zu machen, damit gar nichts irgendwie gefällt. Okay, dann überlegen wir das noch ein bisschen machen. Freischuss. Overkill. Okay. Gefällt mir. Die Härte der Küsten. Was war das? So schnell ich gedrückt. Okay, ein Kehr mit defensiven Eigenschaften. Ganz gut gebrauchen. Und zwar kriegt das... Der für ihn ganz praktisch. Der ist ja eh so ein bisschen schwach der Brust ist. Na gut, da war ich hoch. Sag deinem Steiner soll vorsichtig mit den Gefangenen sein. Der Weg nach Norden ist lang. Und wenn dabei welche verletzt, müssten sie getötet werden, damit die Gruppe in Bewegung bleibt. Das bedeutet, dass weniger von ihnen abliefert werden. Dein Stamm kann sein Angriffslust in der Arena loswerden. Dafür ist sie da. Oder ängstigt sich der Gedanke? Und noch ein großes Wissen. Dann werden wir die Gruppe aufteilen. Okay. Ja! Ja! Gut. Ähm, wir gucken mal kurz. Wir haben noch ein Buch bekommen. Da können wir noch einen Talentpunkt verteilen. Und die kriegt. Achso. Ah! Gucken wir mal. Gucken wir mal. Kalibretto. Urteile. Äh. 4 Punkte übrig. Defensive Matrix. Oder? Präventive Heilung. Er heilt bei einem Verbündeten, der den größten Schaden erlittert. Beginn der Schlacht 3 Runden langs 29. Das klingt doch gut. Er hält sich bei 3 Runden langs 52. Nachdem er einen Krill treffe. Das ist doch perfekt. Da können wir nicht viel für. Äh. Ja. Gut. Und. Überereile. Wollen wir auch. Oh, warte. Wollen wir noch ein bisschen Talente. Okay. Ab 10 geht es noch an neue Talente. Da bin ich mal gespannt. Wollen wir mal aufmachen? Wir haben noch einen Punkt entdeckt. Das ist schon mal gut. Können wir gleich mal. hier hin dienen. Und müssen weiter nach rechts gehen. Oh, das ist eine große Branche. Wie ihr seht. Wir müssen hier schon einiges. Einiges erschließen. Es wird also ein bisschen dauern, wie sie hier durchkommen. Können wir wahrscheinlich auch nicht heute schaffen. Wollen wir schauen mal. Das ist immer hoch. Wir hätten uns noch mehr holen. Wollen wir gleich runter springen? Nicht. Warte. Wir müssen da hinten nochmal holen. Das lenzt so viel. Und blinkt. So einige potenzielle Sachen sein, die wir einsammeln können. Perfekt. Es ist gar nicht so viel Gold, was man einsammelt, aber es wird schon noch alles nach und nach kommen. Hä? Jo. Genau. So. Ich bin gespannt. Auf hier auch. Sollen wir hier rein gehen? Jo, ne? Sollen wir jetzt mal hier rein. Boah. Boah. Hier sollte besser fliehen. Eieieiei. Eieieiei. Neidet auch immer rein, ne? Eieiei. Neidet auch immer rein, ne? Ah, guck mal da wäre der geheilt. Also dadurch, dass wir die Fähigkeit verteilt haben, schon nicht schlecht. Das fehlt mal ein bisschen Energie für den, der am wenigsten Energie hat. Das ist natürlich top. Drei Runden lang macht das schon etwas wert. Ich habe auch nicht mehr die Träumelein. Ich muss wahrscheinlich erstmal den Bomber trinken. Okay. So, los geht´s. Da fahr´ mal ein fairer Kampf würde ich sagen. Vorhin war der easy. Nicht easy. So. Bin ich mal gespannt wie es weitergeht hier. Oh, da kommt eine fette Spinne. Nehmen wir auch hinweg. Die machen wir jetzt in einem einfachen Fall in den Platz. Das wäre erst die kleineren 3 Versommen glaube ich. Das ist das Spiel. Das ist ein Dax. Okay. Okay. Kann sie doch mal angreifen würde die Spinne wenn sie will. Kann sie nicht. Perfekt. Super. Nein, bitte steht nicht wieder auf. Bitte nicht. Na, wir haben das hier. Hinten Seite, okay. Okay. So. Da haben hier noch ein paar Gegner drin. Oh, das sagt dann im Stall so auf. Achso, das hab ich noch gelesen. Wollen wir hier mal lesen. Okay. Dann geht's mal runter. Oh, da unten ist irgendwas. Ähnliches Artefaktisches. Den wir uns mal angucken. Was ich bei der letzten Siegesfeier des Häuptlings in der Arena erlebt habe. Bei einem Bangstein seine Kraft wug. Dann haben wir auch schon wieder. Was ist das hier? Brandfackel. Hat bei Angriff eine Chance von 10% bei einem Treffer zu sich 20 nachhaltigen magischen Schaden zu Kann ich so was bauen? Machen wir doch mal. Brandfackel. Wir können es theoretisch bauen. Müssen wir gucken. Müssen wir gucken, welche Waffe wir benutzen, ne? Vielleicht die hier. Besudel der Klingenspreiter. 100% Chance. Super. Und gleichzeitig sind die Brandfackel drin. Perfekt. Oh, wir können es noch mal machen. Das machen wir doch auch. Dann nehmen wir noch ein Felsenzertrum. Das ist auch angelegt. Nein. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Cool. Dann das ist doch cool. Von den beiden Waffen haben wir schon stärkere Kräfte bekommen. Was nicht perfekt ist. Können wir noch etwas machen? Ne, hier ist nichts mehr. Mal direkt wieder hoch. Na gut. Oben wartet bestimmt auch ein Regner rum. Ja, cool. Jetzt sind die Waffen sogar noch ein bisschen... Haben die Chance. Das ist natürlich nicht so hoch. Aber wenn das passiert, dann kann einen das schon mal das Leben retten in einem Kampf. Dass man doch mal die Chance hat, da Feuer zu legen. Oh. Wenn wir festen können. Wenn wir festen können. Dann schlecht. Okay, das wird leicht. Aber nur wenn wir den auch erwischen. Aber nur wenn wir den auch erwischen. Teilen wir uns müssen. Wir gehen auf Parieren. Das wäre jetzt erstes am Greifen. Und wir machen die. Defensive Matrix. Okay, los. Fang an. Blöde Wehrholz. Das steht jetzt gar nicht. Jetzt sind wir dran. Ich komme auch nochmal. Wie große Chancen hat er jetzt nicht? Ja, perfekt für uns. Hier. Ich muss nochmal. Das waren die Bücher, ne. Derart mit Schleim hier, gehen wir dran vorbei kurz. Obwohl, die werde ich das. Irgendwas dahin nehmen. Das wäre auch... Okay. So, guck mal zu dir, wieder ein Sieg, wie die Illustratore. Ich geh ein bisschen sparsam mit meinem Mana, weil oben das Liegewand war, weil wir zu einfache Kämpfe sind und dann muss ich da jetzt nicht mein Mana verfallern, dafür, dass ich dann nachher vielleicht was brauche, wenn da wirklich mal ein harter Gegner kommt. So geht's auch. Hier hinten geht's auch längs, guck mal. Hier geht's raus. Wir sind gerade eben ja hier längs gegangen. Dann gehen wir nochmal hier längs. Hier unten unten, schau mal. Und ja, wir müssen in die andere Richtung gehen. Nach unten. So. Oh. Oh, guck mal. Hier ist es ganz noch wieder heller. Hier ist es wieder heller. Zu einer Güter beforehand. Hier ist auch da irgendwas. Kann das sein? Hier gehen wir nur die Tür oder hier ist man hier längs? Hier ist man hier längs? Hier ist man hier längs. Okay, größere Kampf. Drei Leute. Okay, pass auf. Okay, pass auf. Oh, Drexel. Ruhig aus. So, dann gucken wir das erste Leben an. Ja, hier wäre nicht schlecht. Ähm... Geh einiges mal aus, locken wir schon mal. Macht nichts. Nein, ich hab die Schaden. Und... Guck mal auf. Oh ja, der haut doch mal rein. Okay. Okay. Na okay, aber wir sind ja schon wieder halbwegs dabei aufzusteigen. Also die Hälfte haben wir geschafft sozusagen. Ähm... Bisschen wenig Energie haben wir jetzt natürlich. Müssen wir schon aufwarten, dass wir das jetzt hinbekommen. Ach guck mal, wir haben den Pfarranträger der Schattenfänger auch besiegt. Und los. Wir verlieren ja so viel Energie. Wie? Was ist denn los? Wann ist das denn los? Wann ist das denn los? Wann ist das denn los? Was kann? Nein! Shit, ey. Oh, wir gehen nicht entlegen. Ei, ei, ei. Ja, toll, wir haben Schlacht gewonnen. Aber guck mal, wie viel Leben uns gekostet hat, die Drecks. So, einmal hier hoch. Nochmal. Alles einsammeln. Was nicht Nid und Nagels ist, äh, sicherlich. Nid und Nagel fest ist. Sehr fragliche Mensch, ein Dorfworn auf dem Westen wurde uns mit Fieber, haben wir auch schon gelesen alles. Wenn ich mehr erst mal nennen kann. Der Häuptnis ist gegangen, um seine Wohltitel im Norden an einem weiteren Besuch abzustatten. Hab ich auch schon gelesen, ne? So. Hier gibt's nicht so viel. Irgendwann werde ich jetzt einmal kalibriert und muss noch einmal heilen nochmal. Wenn wir schon mehr Leben haben. Wir sind auch Gegner, wir müssen noch gucken, was wir Gegner finden, die letzten hier. Ah, ich hab keinen Platz. Wir sind auch geackt, ich hab keinen Platz. so ist noch die Bomben heiliger Eieieiei, ein Pflammt muss ich mal eilen, wenn ich nicht mehr schlafen so ich höre deine Bomben gut als probieren vor deine Nase so hier kann man angeln wenn wir wollen angeln wollen wir jetzt gerade nicht hab ich mir gedacht versuchen wir gleich noch mal angeln aber erstmal wir sind noch mal hier längst hier ist jeder Master so ich bin jetzt mal in Spitzen geraten ne ich auch nicht cool so kann man die Angeln jetzt benutzen oder sind noch mal Gegner in hier jetzt haben wir noch Feinde in hier letzten Feinde werden wir jetzt auch auslöschen wo geht's raus wo geht's raus wo war nicht längs wo ist noch eine Spinne guck mal her guck mal her du kleines Feinde kritischer Schlag man hat's nicht gerechnet ist dir ein Vorteil erschlossen was ist denn hier ok oh da haben wir wieder was bekommen gucken wir da mal rein und zwar ein Ring mit defensiven Eigenschaften ok den bekommt jetzt einfach mal der hier so so oh ja mal kurz noch kleine Runde angeln na beißt keine Ahnung so jetzt hab ich genau im richtigen ein Meeresfrosch hat die Feke und der Wasser riesige Sprünfe zu machen ok ich will jetzt noch gar nicht weiter angeln ähm ich will jetzt mal hier gucken was wir hier weiter kommen willkommen im Mebus Haus der Magie wo er dem glücklichen Reisenden das Schicksal weiß sagt mir muss eine Karte aus seinem Beutel er geheim zu ziehen und ihren Segen verschenken wollt ihr spielen? ja und jetzt ziehen wir eine Karte aus dem Beutel geheim zu los geht's das ist die Kampfeslustkarte ihr werdet euer Leben in Frieden leben irgendwo auf einem Bauernhof an einem Hügel mit einem Blick auf den achso zufrieden mit einer Karte wenn nicht können wir ein andere ziehen doch das Schicksal lässt sich nicht billig oft abwenden wir behalten sie wunderbar ganz wunderbar denkt daran die Karte lügen nie ok gut hier haben wir alles erreicht noch zwei Runden die wir weitermachen müssen allerdings glaube ich müssen wir jetzt schon stoppen weil es schon wieder die Zeit davon rennt beim nächsten Mal werden wir uns glaube ich um den Boss kümmern hier denn so viel gibt es hier nicht mehr zu entdecken ich hoffe ihr seid dabei bis dahin tschüss mal mit Bis zum nächsten Mal.